Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Dr. Sirus, Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie in der DEFINE Klinik und heute möchte ich mit euch über die Polynukleotide und ihre Anwendung in der Hautverjüngung sprechen. Man hört und sieht aktuell viel über die Polynukleotide. Diese sind natürliche, aus DNA oder RNA bestammende Moleküle. Und weil wir in allen lebenden Zellen, also in den Menschen, Tieren, Pflanzen, DNA und RNA haben, dann haben wir in allen Zellen auch Polynukleotide. Auch in unseren Zellen. In der ästhetischen Medizin sind die Polynukleotide aus Fisch-DNA, insbesondere aus Lachs- und Forellensperma, verwendet worden. Diese Polynukleotide werden durch ziemlich komplizierte Verfahren isoliert, gereinigt und letztendlich in Form eines Gels benutzt. Die Behandlung mit den Polynukleotiden oder wie es in den Medien gesagt wird, die Lachs-Sperma-Behandlung ist jetzt trendig geworden. Aber die Polynukleotide werden bereits seit über 30 Jahren in der ästhetischen Medizin benutzt. In manchen Ländern wie in Italien oder Südkorea sind die ein fester Bestandteil der ästhetischen Medizin. Die Polynukleotide entfalten ihre Wirkung in der Haut. Die Haut ist das größte Organ des Menschen und hat eine zentrale Rolle in Gesundheit, Schutz und auch Außenstrahlung. Deswegen ist es wichtig, nicht nur die Haut mitzubehandeln, sondern auch die Haut bewusst in den Mittelpunkt zu setzen. Und das mache ich mit den Polynukleotiden. Die Polynukleotiden können die Zellregeneration aktivieren. Das bedeutet, die aktivieren die Zellen, die für die Produktion für Kollagen, Elastin und Hyaluronsäure zuständig sind. Ebenfalls verbessern die Polynukleotide die Durchblutung der Haut. So eine Haut hat eine bessere Sauerstoff- und Nährstoffversorgung. Es ist auch nachgewiesen worden, dass die Polynukleotide entzündungshemmende Wirkungen haben und auch antioxidative Wirkungen. Sie können die freien Radikale, die durch UV-Strahlung, Umweltverschmutzungen und auch Stress in unserer Haut stehen, neutralisieren. Und das ist natürlich für eine reife, gestresste Haut sehr wichtig. Also wenn ich die Polynukleotide im Bereich der Haut verwende, habe ich eine straffe, elastische, gut durchfeuchtete, rosige, lebendige, ungesunde Haut mit weniger freien Radikalen und weniger Entzündung. Welche Areaden kann mit den Polynukleotiden behandelt werden? Die Einsatzbereichen sind sehr viel. Gesicht, Hals, Dekollete, auch im Bereich von den Händen oder im Bereich von den Narben und Dehnung zu streifen, kann ich die Polynukleotide benutzen. Die häufigste Anwendung ist im Gesichtbereich, zum Beispiel im Bereich der Augenpartie. Hier können die Polynukleotide, die dunklen Augenringe, die feinen Linien, die ein bisschen müde Haut und auch die Tränensäcken und Schwellungen im Bereich vom Unterlid deutlich verbessern. Hier sehe ich nach der Behandlung die Verbesserung der Hautqualität und die Glättung von den kleinen Fältchen. Ansonsten kann ich die Polynukleotide im Bereich von Wangen, Jochbein und den Mund und auch im Kieferbereich oder Kinnbereich benutzen. Zum Beispiel die sogenannten Akkordeonfältchen im Bereich von den Wangen oder die sogenannten Plisse- oder Raucherfältchen im Bereich von den Mund. Auch im Bereich von den Kinn kann man mit den Polynukleotiden das sogenannte Erdbeerenkinn sehr gut behandeln. Im Körperbereich werden die Polynukleotide im Bereich von Hals, Dekollete und im Bereich von den Händen benutzt und dadurch verbessert sich die Hautqualität und reduzieren sich die feinen Linien und auch die Alltagsflecken. Sehr wichtig, die Polynukleotiden können im Bereich von den Narben, zum Beispiel Akkennarben oder postoperativen Narben, auch im Bereich von den Dehnungsstreifen benutzt werden. Dies verbessert die Wundheilung und führt zu einer glatteren und strafferen Haut in diesem Bereich. Wie verwende ich die Polynukleotide? Nach der Beratung und Fotodokumentation und natürlich die ausführliche Aufklärung werden die Hautarealen gut desinfiziert und dann wird das Gel mittels einer sehr feinen Nadel in mehreren Punkten direkt in die Haut injiziert. Abhängig von den Behandlungsarealen kann die Therapie zwischen 20 bis 30 Minuten dauern. Was sehr wichtig ist und ich auch mit meinen Patienten und Patientinnen in der Beratung gespräche, ist, dass die Therapie zwei Phasen hat. Eine Aufbauphase und eine Erhaltungsphase. Bei der Aufbauphase müssen mindestens drei Injektionen in Abstand von vier Wochen durchgeführt werden. Das unterstützt die Wirkung von den Polynukleotiden. Und bei der Erhaltungsphase reichen eins oder zwei Auffrischungen pro Jahr. Wenn du dir eine glatte Haut, einen strafferen Körper und eine kompetente medizinische Beratung wünschst, dann bist du in unserem holistischen Konzept in der Define-Klinik sehr gut aufgehoben. Wir behandeln dich ganzheitlich und wir freuen uns auf dich.